Kapitel 9 Aufbruch Ellie tappte verschlafen durch die Wohnung. Leer. Ihre Mutter war weg. Das war unüblich. Viel zu früh. Ellie hatte nicht verschlafen. Der alte Digitalwecker auf dem Boden neben ihrem Bett hatte pünktlich um sechs Uhr zehn losgeplärrt. Ellies linker Arm tat nicht mehr sehr weh. Nur noch, wenn ich ihn bewege. Aha. Ihre Lippe fühlte sich komisch an, wenn sie mit der Zunge darüber fuhr. Sie hatte sich noch immer nicht im Spiegel gesehen. Der Tritt zwischen die Beine, der tat allerdings noch weh. Aber es ging schon. Und der Schnitt in ihrer Hand, der pochte. Aber auch das war auszuhalten, was vielleicht an den Schmerzmitteln liegen mochte, die ihre Mutter großzügigerweise aus ihrem persönlichen Vorrat für Ellie geopfert hatte. Die Wunde war verbunden. Ihre Mutter hatte sie mangels Nähzeug mit Sekundenkleber behandelt, was unglaublich gebrannt hatte. Aber nach allem, was gestern sonst noch passiert war, war es Ellie auch egal gewesen. Im Grunde war sie froh, dass sie jetzt alleine war. Dieses saublöde Geschwätz von wegen Selbstschuld. Du läufst doch auch rum wie ein Opfer, so ganz ohne Selbstachtung, mit deinen Gammelklamotten. Da musst du dich nicht wundern. Und so weiter. Haben sie dich gefickt? Ellie schnaubte verächtlich und verzog das Gesicht. Jetzt pochte ihre Oberlippe wieder. Sie fasste sich ein Herz und ging in das kleine Badezimmer. Super. Ihre Mutter hatte vergessen, die Toilette zu spülen. Ellie holte das nach und dann schaute sie in den Spiegel. Müde und blass. Wütend, ja. Aber die Lippe ging so. Wenigstens die war nicht ganz so schlimm, wie Ellie geglaubt hatte. Vorsichtig zog sie sich das übergroße Black Flag T-Shirt über den Kopf, das ihr als Nachthemd diente. Ihre Titten taten auch noch weh, aber auch die sahen nicht so übel aus, wie sie sich gestern angefühlt hatten. Anscheinend konnte sie einiges wegstecken, so alles in allem. Mit festem Blick starrte sie ihr Spiegelbild an. Ja, sie konnte einiges aushalten. Sie konnte alles aushalten. Aber so konnte es nicht weitergehen. Sie brauchte, er brauchte etwas Eigenes. Keine Zwänge mehr. Sie brauchte Geld und Freiheit. Jawohl, musste raus aus der Stadt. Irgendwohin, wo solche Sprüche, wie die von gestern Abend, nicht mehr vorkamen. Sie musste weg von ihrer Mutter. Die Frau war Gift. Sie zog Ellie nur runter, mit ihrem dummen Geschwätz und ihrer Sauferei. Es war nicht so, dass ihr diese Erkenntnis plötzlich gekommen wäre. Die Vorsätze, die Ellie jetzt fasste, während sie ihr blasses Spiegelbild anstarrte, das Spiegelbild mit dem schmalen Gesicht, der zu kleinen Nase und den Augen, die vom Wein noch immer geschwollen waren und sich sagte, sie müsse nicht schön, sondern stark sein. Diese Vorsätze hatte sie schon öfter gefasst. Meistens hatte sie dazu einen alten Alice Cooper Song gehört. No more Mr. Nice Guy. Yes, Sir, Mr. Cooper, Sir. Ellie überlegte, ob es überhaupt Sinn machte, in die Schule zu gehen. Viel lieber wäre sie zurück in die Zora gegangen und hätte versucht, wieder an ihren Parker zu kommen. Aber in irgendeiner CSI-Folge oder in sonst einem Krimi hatte sie gesehen, dass Verbreche dazu tendierten, an den Ort ihres Verbrechens zurückzukehren. Sie hatte die Typen wirklich übel zugerichtet. Es tat ihr noch immer nicht leid, im Gegenteil. Was ihr ein wenig Sorge bereitete, war die Tatsache, dass sie sich dabei so gut gefühlt hatte wie schon lange nicht mehr. Trotz allem. Das sagt einem eben keiner, nicht wahr? wandte sie sich an ihr Spiegelbild und nickte bekräftigend. Sie würde einen ihrer Freunde bitten, ihre Sachen zu holen. Vielleicht Maxim. Der war meistens schon zu überraschend frühen Tageszeiten am Bahnhof, auf freier Fang. Einmal hatte er gesagt, dass die meisten Typen morgens immerhin frisch gewaschen waren. Maxim hatte gelacht. Ellie hatte gelächelt, obwohl ihr nicht danach zumute gewesen war. Auch wenn Maxim meistens lachte und gut drauf war, diese Sache machte etwas mit ihm. Und auch wenn Ellie nicht wusste, wie sie an Geld kommen sollte, das wollte sie auf jeden Fall nicht. Genau genommen wusste sie nicht, ob sie überhaupt jemals Sex haben wollte und schon gar nicht nach dem, was ihr gestern beinahe passiert wäre. Scheiß Typen. Zuerst dachte sie dieses Wort nur, dann wiederholte sie es leise und beobachtete im Badezimmerspiegel, wie ihre geschwollenen Lippen sich bewegten. Sie sagte das Wort eine ganze Weile lang, so lange, bis sie sich wieder besser fühlte. Dann wusch sie sich vorsichtig, aber gründlich und entschied sich dagegen zu versuchen, die geschwollene Oberlippe und die rot gerenderten Augen unter ihren halblangen Haaren zu verstecken. Sie waren gerade lang genug, dass sie einen Zopf machen konnte. Sollten sie es doch alle sehen, die ganzen Idioten und dumm daherlabernden Spinner in der Schule. Sie würde sich so groß machen, wie sie nur konnte. Sie würde den Kopf oben halten und jedem Prügel androhen, der sich einen dummen Kommentar erlaubte. Ja, so würde sie es machen. Bevor sie losging, versuchte sie tatsächlich noch Maxim zu erreichen, hatte aber keinen Erfolg. Etwas enttäuscht legte sie den Hörer des Festnetztelefons auf. Von Grizzly abgesehen, war Maxim der einzige in ihrer Clique, der ein Handy hatte. Er brauchte es quasi dienstlich, für die Stammkunden, wie er einmal beinahe entschuldigend gesagt hatte. Ja, die Konsumgesellschaft war scheiße, aber ein Handy ist irgendwie doch eine ganz feine Sache, dachte Elli, bevor sie in ihre Dogmatens schlüpfte und sie fest zuschnürte. Dann begann sie damit wahllos Kleidung, ihre Zahnbürste ein Deo und einige andere ihrer wenigen Besitztümer in eine hässliche Sporttasche zu stopfen, die sie unter ihrem Bett hervorzerrte. Ganz schön staubig, aber der Rucksack war ja zusammen mit ihrem Parka in der Zora zurückgeblieben. Etwas fiel ihr jetzt ein, jetzt, wo sie daran dachte. Im Schlafzimmer ihrer Mutter gab es im Schrank eine große graue Schachtel aus dickem Karton. Da waren die wichtigen Sachen drin, wie ihre Mutter sagte. Elli betrat das Schlafzimmer ihrer Mutter mit einigem Widerwillen, aber der Ausflug lohnte sich. Ganz unten, unter den beiden Leitsordnern, fand sie ein kleines Ledermäppchen. Du verdammte blöde Kuh. Da waren noch zwei Schlüssel. Entweder hatte ihre Mutter deren Existenz vergessen oder sie hatte Elli absichtlich falsch über die Schlüsselsituation informiert, damit sie besser auf ihren aufpassen würde. Erleichtert nahm sie einen der beiden Schlüssel an sich, nur für alle Fälle, falls sie noch etwas holen wollte oder so. Sie war froh, nicht so schnell in die Zora zurückzumüssen. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung stellte Elli fest, dass niemand von ihr Notiz nahm, als sie zuerst den Schulhof überquerte und dann den Weg zu ihrem Klassenzimmer hinter sich brachte und schließlich auf ihren Platz hinten in der Ecke zusteuerte. Idioten, dachte sie, während sie ihren Klassenkameraden dabei zusah, wie sie taten, was die Welt von ihnen erwartete. Die Streber strebten, die Proleten proleteten und pisakten die Streber oder gruppierten sich um irgendeinen Möchtegern-Rapstar, der soeben irgendein krasses Video im Netz entdeckt hatte. Ebenfalls in der letzten Reihe, auf der anderen Seite des Raumes und weitestmöglich von Elli entfernt, hockte ein schweigsamer Junge, der für sein Alter viel zu groß war, an seinem Platz. Er redete mit niemandem. Nie. Sicher der nächste potenzielle Amokläufer, dachte Elli. Im Gegensatz zu ihr schien er das geistlose Treiben, um sich herum nicht zu verurteilen. Es interessierte ihn schlicht und einfach nicht. Er war permanent damit beschäftigt, irgendwelche Zeichnungen in einen College-Block zu kritzeln. Sicher war er gut. Auf jeden Fall zeichnete er viel. Aber das interessierte Elli jetzt nicht. Die erste Stunde war Biologie. Sie hatte in dem schrillen Geräuschpegel, der um sie herum an- und abschwoll, das einem ganz schwindelig werden konnte, mehrere Male das Wort Test gehört. Deswegen waren die Streber heute so besonders strebsam. Scheiße. Allerdings gab sie vor sich selbst zu, hätte sie den Test ebenfalls vergessen, wenn sie gestern Nacht nicht beinahe vergewaltigt worden wäre. Irgendeine Tusse fragte, sag mal, darf ich mich neben dich? Oh mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Tut das? Elli antwortete mit einem freundlichen, verpiss dich, Barbie. Der Tusse fiel das Lächeln aus dem Make-up-verkleisterten Gesicht. Ablehnung war sie wohl nicht gewohnt, und Elli konnte vor ihrem inneren Auge sehen, wie die Tusse mit ihren Freundinnen über sie tratschen würde. Elli hatte ihre Freude an der Vorstellung, wenn auch nur kurz. Herr Hellwig, ein großer und schon recht betagter Bauch- und Korthosentragender Mann mit Haarkranz und Nickelbrille, kam herein und gebot Ruhe. Genau genommen musste er fünfmal Ruhe gebieten, bis diese dann auch eintrat. Barbie wurde von ihm aufgefordert, die Testbögen auszuteilen. Den von Elli ließ sie natürlich ganz aus Versehen auf den Boden fallen und trat darauf. Okay, dachte Elli, ist vielleicht nur fair. Seufzend und vorsichtig beugte sie sich vor. Inzwischen machte sich in ihrem ganzen Körper ein fieser Muskelkater breit, mit dem sie gar nicht gerechnet hatte. Herr Hellwig gab das Zeichen zum Anfang, und Elli drehte den Fragebogen um. Sie starrte auf die erste Frage. Was ist die Funktion der Prostata? Dort wird der Dreck produziert, der Männer zu Nähe Andertalern macht. Elli kritzelte diesen ersten Gedanken auf die für eine deutlich ausführlichere Antwort vorgesehenen Linien, ohne weiter darüber nachzudenken. Ein Gefühl machte sich in Elli breit. Ihre Note in Bio war ihr scheißegal, und das fühlte sich gut an. Sehr gut sogar. Sie machte genauso weiter. Wieso durfte der Hellwig überhaupt entscheiden, was mit ihrem weiteren Leben passieren sollte? Gut, er entschied das nicht alleine. Natürlich nicht. Aber trotzdem, das ganze System war scheiße. Geleitet von irgendwelchen alten Pennern, die überhaupt keine Ahnung hatten. Sie stand auf und gab ihren Test ab. Als erste der Klasse. Wieso sollte sie noch hier weiter rumhängen? Als sie das Klassenzimmer verließ, trat sie noch wie zufällig gegen den Tisch, an dem Barbie gerade in ihrer Aufgaben vertieft war. Die Tusse verschrieb sich. Auch das fühlte sich gut an. Elli schlug die Tür hinter sich zu und verließ das Schulgelände. Auf zum Brunnen, auch wenn wahrscheinlich noch niemand da war. Was die Anwesenheit ihrer Freunde anging, war Elli froh zu sehen, dass sie sich geirrt hatte. Noch während sie sich dem Brunnen näherte, wurde ihr Herz leichter. Grizzly unterhielt sich mit Rastaralle, zu dessen Füßen Oslo lag und Elli entgegenblickte. Überhaupt war Ralf im Genuss einiger Aufmerksamkeit, denn auch Pille war da. Sie lag auf der schäbigen Decke, die er an der üblichen Stelle ausgebreitet hatte auf dem Rücken und hatte die Hände über dem kugeligen Bauch verschränkt. Ihr Kopf ruhte auf Ralfs rechtem Oberschenkel. Grizzly hatte seinen massigen Körper gegen die Brunneneinfassung gelehnt und Elli sah ihn lächeln, als er sie entdeckte. Dann, als sie näher herangekommen war, verschwand dieses Lächeln. Er hatte die aufgesprungene Oberlippe entdeckt und vermutlich konnte er inzwischen auch ihren Gesichtsausdruck erkennen, während sie sich durch den Strom der hin- und herhastenden Passanten zielstrebig auf ihn und ihre Freunde zubewegte. Wahrscheinlich hatte er auch jetzt erst die grässliche, bunte Sporttasche entdeckt, die sie sich umgehängt hatte. Noch bevor sie auch nur Hallo sagen konnte, fragte er, verdammte Scheiße Elli, was ist denn passiert? Sogar der trägehechelnde Oslo hob jetzt den Kopf und Pille setzte sich auf. Mit stockenden Worten erzählte Elli, was er gestern in der Zora widerfahren war. Anfangs fiel es ihr wirklich schwer, aber bald hatte sie sich in Rage geredet und Ralle hob einige Mal beschwichtigend die Hand, um sie dazu zu bringen, leiser zu reden. Sie wusste, dass sie am Brunnen nur geduldet wurden. Wenn sie zu viel Aufsehen erregten, war es schon hin und wieder vorgekommen, dass einer der umliegenden Ladenbesitzer die Polizei rief, die sie dann vertreiben sollte. Dann mussten sie jedes Mal ein paar Tage abwarten, bis die Wogen sich wieder geglättet hatten und die Streifenpolizisten nicht mehr so oft vorbeikamen. Oh Mensch, das tut mir so leid. Ich hätte bei dir bleiben sollen, murmelte Grizzly und sah ernsthaft bestürzt aus. Konntest du ja nicht wissen, oder? Elli war tatsächlich ein bisschen stolz darauf, nicht geflennt zu haben wie ein kleines Mädchen, als sie die Geschehnisse erneut durchlebte. Sie bemerkte, dass ein Mann sie im Vorbeigehen anstarrte. Vielleicht sah sie doch übler aus, als sie heute Morgen im fallen Badezimmerlicht gedacht hatte. Trotzdem, wir hätten bei dir bleiben sollen, bestätigte Ralf jetzt Grizzlys Aussage. Elli sah ihn an und erkannte, dass er es ernst meinte. Wir müssen von jetzt an besser auf dich aufpassen. Sogar die alte Pille nickte und sah ziemlich beunruhigt aus. Elli verstand nicht, was das sollte. Ja, klar, ich meine, das war wirklich schlimm. Aber es war das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Die Chancen, dass es wieder passiert, sind doch eher vernichtend gering, oder was meint ihr? Pille ergriff das Wort. Wenn du dich da mal nicht irrst, Mädchen. So wie du die Typen beschreibst, waren das welche von den Assis aus der Degemann-Siedlung. Die werden das nicht auf sich sitzen lassen. Ralf nickte, und während er Oslo den Kopf kraulte, trank er einen Schluck Bier. Dann sagte er, »Ja, nach allem, was du erzählt hast, waren das Dirk Grünewald, Dennis Krüger und Wladimir Peschke.« Jetzt wurde Elli tatsächlich ein wenig mulmig. Die Tatsache, dass gerade Ralf, den außer seinem Bier und seinem Hund normalerweise überhaupt nichts interessierte, die vollen Namen der Typen kannte, nun, das war in der Tat kein gutes Omen. »Woher weißt du das?«, fragte sie. »Weiß doch jeder,« antwortete Pille an Ralfs Stelle. Dieser nickte, und auch Grizzly bestätigte den Wahrheitsgehalt der Aussage mit einem Nicken. Dann öffnete er ein Bier für Elli und hielt es ihr hin. Ohne lange nachzudenken, griff sie danach. Sie trank einen Schluck, und während die Flüssigkeit etwas unangenehm in ihrem Magen gluckerte, und sie sich daran erinnerte, dass sie noch gar nichts gefrühstückt hatte, erklärte Ralf. Die sorgen schon lange für Ärger. Für richtigen Ärger. Die sind nicht nur ein bisschen unangenehm. Vor einem halben Jahr haben sie einen Bekannten von Pille ins Krankenhaus getreten. Er ist darin gestorben. Zwar nicht an dem Prügeln, sondern an Leberzirrhose, wie sich später herausgestellt hat. Aber trotzdem, mit den Jungs ist nicht zu spaßen. Vielleicht solltest du erst mal ein wenig abtauchen, beendete Grizzly Ralfs Satz. Pille und Ralf nickten. Sogar der Hund winselte bestätigend. Elli aber schüttelte den Kopf. »Ich kann nirgendwo mehr hin. Ich gehe nicht heim, auf keinen Fall. Ich habe euch doch erzählt, wie scheiße meine Mutter reagiert hat, oder?« Alle nickten, und eine Weile schwiegen sie betreten zusammen, bis Grizzly leise sagte, »Wenn die Zora kannst du aber auch nicht. Sobald die wieder krabbeln können, suchen die da als erstes nach dir.« »Mist«, dachte Elli. »Was bleibt dann noch?« Dankenswerterweise meinte Grizzly, »die ersten paar Tage kannst du bei mir unterkommen. Nur so lange, bis du dich wieder sortiert hast. Okay?« »Ja.« »Ja, das war okay. Das war sogar sehr okay. Grizzly war ein Freund.« Elli nickte und stieß mit Grizzly an. Der zweite Schluck Bier schmeckte Elli schon deutlich besser.